Musik 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 Oh, Entschuldigung, wir haben quasi das Schwert in die Ananas reingejagt Und damit die Ananas geschnitten Also eigentlich, gut, jetzt hat sie die Beine verloren Aber das ist wohl nicht unsere Schuld gewesen Ist gar nicht so leicht, weil wir sind ja nicht so richtig Griffig wie die Schwerter Erstmal aufs kleine Mädchen, so gehört sich das Oh, okay Das war ein Ein, 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 ein sehr, sehr schöner Familienausflug Wie ich ihn persönlich auch sehr gerne mag Oh, oh, oh Nein Ich hätte natürlich einfach die Leertaste drücken können Das hätte vielleicht Sinn gemacht, ja ist ja gut Aber auch ich bin ein Fehler mit Menschen Für 1000 Euro, jetzt drücke ich Ja genau, ja Die Leute fordern bei mir immer, dass ich das Blutlevel höher stelle Leute was ist los bei euch Ich grüße meinen Kumpel Tim Den Gruß Philipp Tim, lieben Gruß von Tim An dich Tim Und ich grüße MC Expert Den guten Tim Und äh, mein Name ist Tim Fakt ist Das ich doch einfach nur dieses Level schaffen möchte Okay, woran sind wir eben gerade nochmal zu Splash Ich weiß es nicht, ach ja genau daran Happy Birthday Du machst mich wahnsinnig Du machst mich wahnsinnig Du bist glücklich mit dir, du machst mich wahnsinnig Okay Versuche jetzt aber einfach Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das geht voll in die Hose Nein Ähm, aber du bist ein Junge Dementsprechend äh Gucken wir mal rein Auf jeden Fall schon mal eine Benotung schlechter Einen schööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist da oben nur, okay. Este burrito es muy bueno, pero necesito salsa verde. Wissen Sie Bescheid. Es ist ein Pogo-Fro, ist mir selbst eingefallen. Ich hoffe, du hast Spaß, der Rest steht ingame. Falls du es nicht verstehst, sieh dir einfach... Eine Spitzhacke. Hey Baggy, hier ist mein kleines... Wow! Alter Schwede! So, Vorsicht Marie. Jetzt wird man nicht... Oh, nee! Oh, nee! Marie! Marie! Die kleine Nachbarin. Okay, schieben wir sie vorsichtig weg, gegen die Wand. Und nutzen sie als Rampe. Das Level spackt richtig rum hier gerade. So. Full Speed. Full Speed. Und... Geil! Vielleicht kannst du gleich nochmal schnell... Alles weg, ist weg, ist weg, okay? Nein! Ist alles gut bei euch? Oh nein! Aber es sieht wirklich fantastisch aus, ne? Hier so ein kleines Holiday Paradise hier, ne? Ich denk mal, es wird... Was wird das sein? Ukraine? Ich erwisch mich ganz oft dabei, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, tatsächlich einen Mord zu begehen. Ich erwisch mich dann aber gleichzeitig sehr oft dabei, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, einen Mord zu begehen. Minecraft High-Five, komm her! Okay, komm! Wir aus würden uns gegenseitig gleichzeitig einen Mord holen, aber... Ja! Ja! Nee, irgendwie überhaupt nicht, ne? Man kann nur ruhig rumfliegen. Aber wir können mal im Hotel ein bisschen gucken. Vielleicht können wir durch die Fensterscheiben duschen. Mit mir ist ja nicht... Mit mir ist ja... Du hast ja ganz gut Kürchen essen. Aber ab und an... Eskalating! Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder euch. Einen schönen Tag noch, macht's gut, tschüss... Bis jetzt nicht! Das war's... Euer Beckmann! Häh? ... Bis jetzt mal!